Hallo, Bracket hier. Grüß dich, willkommen zurück zu Black Mesa. Und da oben ist ein Alienviech langgeflogen. Oh mein Gott. Gefolgt von einem Kampfjet. Wow. Das heißt, jetzt wird's langsam interessant. Oh hallo, mein Freund. Und goodbye. Hier scheinen richtig viele Voting Guards zu sein. Und, äh... Ja, und tote Security Guards, tote Wissenschaftler, totes was auch immer. Oh hallo. Und mach's gut. Und Minenfelder. I get, i get. Okay, hier können wir durch. Elektrische Zäune. Alles nett, meine Lieblingssachen. Ich muss ein kleines Geständnis abliefern. Ich hab diesen Teil schon mal gespielt. Ist wieder mal abgestürzt. Deswegen weiß ich, dass hier Minen sind. Und da hinten... Eine ganz tolle Szene. Da können wir schon sehen, ein Security Guard liegt am Boden. Der ist noch am Leben. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, was da passiert. Das ist nämlich ganz lustig. Der arme Mann braucht dringend Hilfe. Da liegt das Medipack. Und da oben ist ein Sniper. Bist du tot? Nee, du bist noch nicht tot, oder? Hm, anscheinend doch. Ja, da oben sitzt ein Sniper in diesem Lüftungsschaf. Ein Drecksack. Komm her. Dich hol ich mir. Und wuff. Wow. Das lief gut. Das lief echt gut. Wunderbar. Wunderbar. Will ich mich nicht beschweren? Will ich mich nicht beschweren? Und... Hier ist ansonsten nichts mehr drin. Medipacks, die ich nicht brauche. Ihr armen Menschen. Ich weiß nicht, ob man euch retten kann. Dein Bein scheint komplett transparent zu sein. Weiß ich nicht, warum das ist. Aber interessant. Sehr interessant. Oh, das ist aber ein... Ein... Ein Monster-Minenfeld, möchte ich mal sagen. Heiliger Scheiß. Ihr habt viele Minen hier. Und... Kabumm. Kablui. Und noch mehr. Irgendwie macht das Spaß, ja. Aber die Minen nehmen kein Ende. Dann wollen wir doch mal... ganz konservativ vorgehen. Und die Einzelnen abknallen. Ja, ja. Dich, dich. Und das soll mal genug gewesen sein für nun. Das Ding... Exploriert. Wunderbar. Ja, ich könnte auch Sachen auf die Minen werfen. Ich könnte zwölf meine Waffen wegwerfen. Die danach wieder aufsammeln. Wenn das in Half-Life ginge, wenn es Counter-Strike wäre... Ginge das ja. So. Oh, hallo. Oh, das hätte ich da fast nicht gesehen. Wie fies. Tja. Der klingt elektrisch. Ich weiß aber noch eine Sache, die ich machen muss. Upsala. Ich schwöre, ich bin nicht gesprungen. Nein, ich bin nicht gesprungen. Hier reingehen und Sachen aufzusammeln. Ja. Soweit habe ich ungefähr gespielt. Ich weiß, da oben ist noch ein Scharfschütze drin. Und... Los. Und da war er. Da war er. Da ist er nicht mehr dabei. Und mein Problem war, neben dem Absturz auch, dass ich... Hey, geh auf. Dass ich gedacht habe, hier könnte ich nicht durch. Aber hier kann man durch. Hier kann man, wenn man vorsichtig ist, kann man hier durchkrabbeln. Ohne, dass man geschockt wird. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Sieht zu flach aus, das Ganze. Aber es geht. Da kommt man durch. Ab hier kenne ich wieder gar nichts von dem Level. Keine Ahnung. Das heißt, ich werde bestimmt gleich lustig hier zu Tode geschockt von dem Ding. Ah, da hinten kann ich es ausstellen. Okay. Scheint der einzige Weg zu sein im Moment, den ich gehen kann. Das Ding hier auszustellen. Dann geht der ganze Strom aus. Und dann gehe ich aufs Dach. Ach ja, tatsächlich. Ich will aufs Dach. Hey. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder wie? Nee. Ich will aufs Dach. Definitiv. Dazu ist dieser Turm hier. Oh, und da komme ich innen rein dann. Aber ich will noch nicht innen rein. Das erinnert mich irgendwie an... Hallo? Meine Güte. Truppentransporter landen da hinten. Hm. Erinnert mich irgendwie an Docks, die ganze Map hier. Also an CS Docks. So ein bisschen. Hey, da komme ich nicht hoch. Da ist eine Wand. Da ist eine Wand im Weg. Hier ist definitiv eine Wand im Weg. Nicht fair. Ich will aufs Dach. Versuche mal nochmal da hinten aufs Dach zu kommen. Weil ich will aufs Dach, ja. Komm mal, was ich wille. Äh, was wolle meine ich. Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Hier ist auch eine unsichtbare Wand im Weg. Das ist ein bisschen schade vom Level-Design her. Ich hätte gerne auf dem Dach irgendwas entdeckt. Vielleicht gibt es auch einen Weg, aber ich... Guck mich nicht weiter da rum. Hallo? Ich verstehe schon. Okay, mit extremer Vorsicht soll ich hier vorangehen. Hinter dieser Tür. Das heißt, ich speichere nochmal. Das Spiel speichert wenigstens irrsinnig schnell. Ja, du hast keine Waffe, du hast keinen Anzug. Ich bin beeindruckt, dass du überhaupt hier bist. Und, äh... Oh, hallo. Was? Hä, okay. Ähm. Ich bin sehr vorsichtig, ja. Ich bin ab sofort sehr vorsichtig. Du hast völlig recht gehabt. Was soll das? Kann ich ja nicht mal die Kisten in die Luft jagen. Das ist doch gemein. Naja. Ach ja. Ist ein Witz, oder? Okay, noch einmal probieren wir das. Komm. Explodiere und, äh... Okay, okay, okay. Irgendwas ist hier, ist hier, ist hier ganz schlimm und sehr explosiv. Ich werde das nicht nochmal probieren. Das heißt, das Spiel will, dass ich über diese lustigen Laserstrahlen hüpfe. Das kann ja lustig werden. Okay. Oh, Danger Explosive. Oh, Danger Explosive. Ach so, deswegen. Ja, die Kisten sind böse. Ah, hallo. Wie wäre es, wenn ihr mich ganz vorsichtig bekämpft? Und wie wäre es, wenn ihr da weg ist? Von den scheiß Explosivkisten. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ist das hier das Waffenlager? Ja, wieso hat Black Mesa Waffenlager einen Waffenlager? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe Angst. Hier sind alle, ähm, potenziell explodierenden Dinger aus ganz Black Mesa versammelt anscheinend. Hm, das ist doch auch wieder so ein Sprung. Für den brauche ich Hilfe von einer höheren Macht. Okay, hat nochmal geklappt. Oh, hallo. Hm. Ah, okay. Kann ich mit leben? Komme ich mit klar? Die Tür weiß ich noch nicht, ob ich die aufmachen will. Hier hinten geht es auf jeden Fall irgendwo hin. Oh. Oh. Nee, nee, nee. Gucken wir doch erstmal hier, was hier drin ist. Vielleicht sieht es da hier freundlicher aus. Nicht wirklich. Oh, was ist denn da? Achso, das ist einer dieser Alien Grunts, nenne ich sie jetzt mal. Diese Fußsoldaten mit dieser geilen Hive-Canon. Oh. Hey, Musik ist nie gut. Mach die Musik aus, Spiel. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob ich hier, ob ich hier jetzt, äh, ob ich hier jetzt darf. Gucken wir mal. Nee. Immer noch nicht. Instant Death erwartet mich, wenn ich nur eins dieser Dinger hier kaputt mache. Das heißt, ich hoffe, hier sind keine Gegner drin, weil das würde dann sehr schnell sehr frustrierend werden. Denn ich will auf jeden Fall so viele Kisten wie möglich zerstören. Völlig egal, ob, äh. Was das schwieriger macht. Oh, da war ein Computer drin. Mit einer CD. Die CD gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Hey, komm. Lass mich die CD sehen. Ah. Ich will doch nur die CD sehen. Okay. Okay, wir haben ja Zoom. Achso, ist nur eine wiederbeschreibbare vierfach. CD, DVD, was soll immer. Äh, hallo. Ja. Hm. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Mutter der Porzellankiste. Was ist das denn? Ist ein Witz, oder? Darum ist auch so ein Ding. Was ist denn, wenn ich das Ding zerstöre hier? Ja, auch ableben. Okay, okay. Hätte ja sein können, dass das nichts macht. Hätte ja echt sein können. Na komm, lade. Heiliger Scheiß. Das ist das Warnhaus der Minen, ist das ja hier. Dann gehen wir hier direkt raus jetzt. Ach du Scheiße. Was bin ich denn? Bin ich denn ein internationaler Juwelendieb, oder was ist hier los? Warum ist das so, ähm, so, ähm, mit Laserschranken und allem? Hier kann ich nicht hüpfen. Oder hier kann ich hüpfen. Hahaha. Ich versuch's lieber hier, oder? Oder kann ich hier durch? Ich kann hier auf der Norde durch. Komm. Ja. So. Also ist das Militär meins auf jeden Fall ernst. Äh, okay. Hey. Ist da gerade ein Teil der Decke runtergefallen? Ich will's gar nicht wissen. Nee, ich will's gar nicht so genau wissen. So, was haben wir hier hinten? Raketen. Ach so. Das würde erklären, warum das hier so... so, ähm, explosiv abgeht. Okay. Da drüber. Und dann weiter da hinten hoch. Ja? Wie sieht's aus? Hahaha. Easy peasy, oder? Und alle hopp. Okay. Ein größeres alle hopp nächstes Mal. Schön, wie der Bildschirm so hellweiß wird. Es gibt bestimmt jeden von euch Augenkrebs. Mir gibt's Augenkrebs. Au, ich muss Licht anmachen jetzt hier. So. Vielleicht ist das doch nicht der beste Weg. Nee, ich glaub, das ist generell... Ja, nochmal probieren. Noch einmal probieren. Oh, okay. Das war besser. Das war besser. Ich bin direkt gegen die Mine geflogen, gegen die andere. Mir wär's denn mal seitwärts. Ha, ja. Seitwärts hab ich bessere... Hup, aufgepasst. Da will ich hochkommen. Lass mich doch da hoch, dann kann ich, ähm... Ja, okay, speichern. Nee, seitwärts ist besser. Da hab ich besseres Gefühl für den Sprung. Definitiv. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht. Die haben bestimmt einen irrsinnig komplizierten Plan gehabt, auch das Militär, um diese Minen alle so hinzulegen, wie sie jetzt liegen. Weil das kann nicht einfach gewesen sein. Okay, 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 okay. Hätte schlimmer sein können. Ich bin... Eigentlich ganz zufrieden bis jetzt. Mit meinem Fortschritt. So. Hey, zum Glück haben die dich mal zwei untereinander gesetzt. Dann halt wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. Und hier bauen sie anscheinend an... Explosiv... Geschossen an Raketen rum. Hm. Ganz schön gewölbte Teile hier. Ich darf nichts aufheben. Ich ebe nichts auf. Ich will nichts irgendwann fallen lassen und es fliegt in so ein Teil rein. Kein Bedarf da dran. Absolut gar nicht. Okay, okay. Wir können mal rüber. Und dann kann ich mich aufladen. An der Aufladestation. Für meinen Anzug. Nicht, dass es mir irgendwie hilft, wenn hier auch nur einer... ...in eine dieser Minen kommt. Okay. Ich komme also von hier an diesen... ...an dieses Teil hier da. Was auch immer das da ist. An den Joystick. Hier kann ich bestimmt dann rumspielen mit... ...mit irgendeinem Ladekran. Oh, das endet doch nicht gut. Ja, aber ich weiß, was ich machen muss. Ich muss diese Kiste... ...entsorgen. Und dann kann ich den Aufzug hochrufen. Ja. Ist das nicht besser so? Wenn man nicht stirbt. Uh, das sieht zwar knapp so aus, als müsste ich eigentlich sterben, weil das hier durch die... ...da durchgeht. Hm. Und hüpf. Und ducken. Und hier durch. Anscheinend sind die Kisten hier, die klippen nicht. Das ist schon mal gut. Die Models. Soll ich jetzt hier runter? Und dann da vielleicht raus? Das wäre schön, nicht? Gucken wir aber erst noch mal hier. Nö. Das geht nicht. Dann gehen wir doch hier runter, ja. Klar, warum nicht? Einfach. Das Militär... Oh mein Gott, das ist noch nicht vorbei. Ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht, ah, einfach, ja. Kann ja jeder hier. Na dann. Wollen wir mal. Hüpf. Habe ich jetzt eine komplette Runde gedreht? Ist das der Weg, den ich, ähm, nicht gehen wollte vorhin? Warum bin ich hier? Ah. Vielleicht. Will ich, oder soll ich, nach da oben und dann da raus? Hm. Da komm ich nicht rein. Keine Chance. Okay, was ist dann, was ist, warum bin ich dann hier? Also hier hätte ich auch, das ist anscheinend hier, ähm, wie komm ich da hoch wieder? Wie hab ich das eben gemacht? Okay. Hüpfen. Und dann, ja, hier hinten hätte ich hochgekonnt auch, von vornherein schon. Und hier hätte ich auch den Aufzug holen können. Hätte ich nur den Aufzug hochlassen müssen, damit ich jetzt unter den Aufzug laufen kann, weil unter dem Aufzug jetzt etwas ist, eventuell, das müssen wir mal überprüfen. Aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.